In diesem Video reden wir über das gute alte Faxgerät. Es gibt schon lang keine analogen Telefonleitungen mehr, auch die Telefonie direkt an der Dose ist gerade am Aussterben, aber was nicht ausstirbt, ist einfach das Faxgerät. Das liegt daran, dass viele Sendeberichte noch von Gerichten anerkannt werden und Faxen mittlerweile einfach kostenlos ist über eine Festnetz-Flatrate. Zudem gibt es viele Online-Anbieter und Faxen ist auch in die Fritzbox integriert. Es ist heutzutage sehr einfach geworden, Faxe zu verschicken und einen Senderbericht zu bekommen. Das kostet wenig, geht relativ unkompliziert und ist damit bis heute immer noch ein Konkurrent zu Postdienstleistungen wie zum Beispiel dem Einschreiben oder der Postzustellungsurkunde. Wir schauen uns in diesem Video die Technik an, die hinter dem Fax steckt und wir schauen uns auch an, wie wir heute noch faxen können, obwohl es die Leitungen, die das überhaupt können, eigentlich gar nicht mehr gibt. Los geht's nach dem Intro. Fangen wir mal mit dem ersten Teil an. Warum faxen wir überhaupt? Das Fax ist Ende der 70er Jahre in Deutschland aufgekommen. In den 80ern und 90ern war die Hochzeit des Faxes. Das war also eine Zeit, bevor es das Internet gab und Dokumente halt tatsächlich entweder nur per Post oder per Fax übertragen werden konnten. Das Fax war wahrscheinlich damals nicht mal besonders günstig, da man ja noch pro Minute bezahlt hat. Allerdings hatte man natürlich einen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber der Bundespost, die vielleicht mehrere Tage gebraucht hat, um ein Dokument zuzustellen. Die Technik dahinter ist eigentlich relativ simpel. Das Ganze ging über die Telefonleitung. Und die Telefonleitung war eigentlich dafür konzipiert, dass Töne übertragen werden. Und die Telefonleitung war damals noch eine Kupferleitung von A nach B. Also ich konnte mir sicher sein, wenn ich damals telefoniert oder gefaxt habe, dann gab es eine durchgängige Kupferverbindung zwischen den beiden Teilnehmern. Das ist heute anders. Das ist wichtig zu verstehen, denn dort konnte ich halt mit bestimmten Parametern einfach Töne übertragen. Es gab keine Logik auf diesem Medium. Es war einfach nur Kupferleitung und fertig. Und damit konnte ich eben Töne übertragen. Da natürlich die Dämpfung immer eine andere ist, je nach Leitungslänge und so weiter, gibt es in dem Faxprotokoll auch eine Möglichkeit, das Ganze auszutarieren. Also wie stark oder wie laut gesendet werden muss, damit der Empfänger das noch hört. Diese Leitung gibt es aber heute nicht mehr. Es gibt heute im Prinzip keine Kupfer-zu-Kupferleitung mehr. Die Technik dazwischen hat sich einfach geändert. So kann es zum Beispiel sein, dass ich zwar auf der letzten Meile eine Kupferleitung habe, auf den Leitungen dazwischen aber Glasfaser liegt. Hier kann ein Fax also nicht ohne weiteres durchgeschleift werden. Und damit wären wir jetzt auch schon bei den Problemen mit der Faxtechnik, die wir heute haben. Die Faxtechnik war einfach unter ganz anderen Voraussetzungen entstanden, als das, was wir heute als Telekommunikationsleitung haben. Zum Beispiel habe ich gar keinen klassischen Telefonanschluss. Ich bin Kunde bei Kabel Deutschland Vodafone und damit habe ich Doxis, also eine Kabelverbindung. Die wurde nie dazu genutzt, um Faxe zu übertragen. Jetzt haben wir natürlich alle Voice-over-IP-Anschlüsse, also fast alle zumindest. Wir melden uns also mit sogenannten SIP- oder Voice-over-IP-Daten bei unserem Provider an und Sprache wird digital übertragen. Bei der digitalen Übertragung können Optimierungen oder Komprimierungen zum Einsatz kommen. Komprimierung kennt man zum Beispiel von der MP3-Datei. Da werden einfach alle Töne außerhalb des für den Menschen hörbaren Spektrums nicht mit abgespeichert. Ich habe also eine verlustbehaftete Kompression. Es fehlen dann Teile in der Datei. Für das menschliche Gehör ist das im Prinzip kein Problem, denn die könnten wir eh nicht hören. Beim Fax sieht das ein bisschen anders aus. Wenn hier Sachen fehlen bei der Übertragung, kommt das Fax nicht richtig an. Da haben sich dann ein paar schlaue Ingenieure gedacht, dann machen wir doch ein digitales Fax-Protokoll, das T38. Das unterstützt zum Beispiel die Fritzbox. Ich habe aber in meinem Leben noch nie geschafft, über T38 einen Fax zu übertragen. Es gibt so viele Gründe, warum das fehlschlagen kann und das ist auch der Grund, warum es eigentlich immer fehlschlägt. Wenn ich jetzt in einem internen Firmennetzwerk bin und Faxe verschicken will und da ist T38 komplett durchkonfiguriert, dann funktioniert das. In der echten Welt aber, wo alle irgendwie andere Provider haben, funktioniert das in der Regel nie. Also ihr könnt mich gerne in den Kommentaren korrigieren, falls ihr andere Erfahrungen gemacht habt. Meine Erfahrung ist jedenfalls, dass das mehr schlecht als recht klappt. Und ich will euch auch erklären, warum. T38 ist ein Protokoll, das müssen die Gateways unterstützen. In einem Privathaushalt ist der Gateway zum Beispiel die Fritzbox. Das kann T38. Wir können ja unser Fax nicht mehr einfach in die Telefonbuchse stecken, so wie wir es früher gemacht haben, sondern wir müssen das in einen Gateway, also Fritzbox, Router oder sonst irgendwas stecken. Die Gegenstelle wiederum, an die wir das Fax schicken, muss auch T38 unterstützen. Also könnte man ja annehmen, wenn ich zwei Haushalte habe und zwei Fritzboxen installiert habe, dann kann ich einfach zwischen den beiden T38 Faxen schicken. Nein, das geht auch nicht so einfach, denn der Provider zwischendrin, der muss das auch noch unterstützen. Also in meinem Fall Vodafone Kabel Deutschland. Laut mysteriösen Quellen im Internet wurde T38 bei Kabel Deutschland nie richtig implementiert. Sagt zumindest Wikipedia. Nachprüfen kann man das kaum, denn die Anbieter geben dazu sehr wenig Informationen preis. Nehmen wir aber mal an, mein Provider hätte T38 implementiert. Und ich will jetzt zu einem anderen Haushalt, auch mit einer Fritzbox, ein Fax schicken. Und nehmen wir auch mal an, deren Provider, das heißt mal die Telekom zum Beispiel, hätte T38 implementiert. Und selbst dann funktioniert das Ganze immer noch nicht. Denn einige Provider machen das Ganze nicht am Interconnect, also an dem Punkt, wo alle Kabel der Provider zusammengeworfen werden. Da muss diese Information mit übertragen werden können. Und spätestens da scheitert es bei den meisten Providern, dass die Übergabe ins andere Netz mit T38 nicht funktioniert. Das ist zumindest das, was ich bei meiner Recherche so rausfinden konnte. Ein Szenario, wo man sich vorstellen könnte, dass es funktioniert, wäre von Telekom-Kunde zu Telekom-Kunde und beide haben ein T38-fähiges Gerät. Dann könnte das Ganze tatsächlich mal funktionieren. Ja, ich hatte das Glück nicht, dass ich das testen konnte. Und ich habe es auch noch nie geschafft, wahrscheinlich aufgrund meines Providers, einen T38-Fax zu schicken. Ja gut, dann kommen wir wieder zurück auf unser Voice-Over-IP. Und über das werden ja die Töne übertragen. Wir haben ja aber gelernt, dass diese Töne komprimiert übertragen werden und das Fax dann damit nichts mehr anfangen kann. Ich vereinfache das Ganze jetzt übrigens ein bisschen. Es gibt nicht nur Probleme bei der Komprimierung. Es gibt bei diesen digitalen Übertragungsmethoden noch ein paar andere Probleme, die da mitspielen können. Glücklicherweise gibt es aber einen verlustfreien Komprimierungsalgorithmus, der nennt sich G711. Wenn wir wieder die Analogie zur MP3 ziehen wollen, es gibt zum Beispiel das FLAC-Format für Audio-Dateien, auch da habe ich eine verlustfreie Komprimierung. Die Dateien werden immer noch komprimiert, es gehen dabei aber keine Daten verloren. Verlustfreie Komprimierungen kennt man zum Beispiel vom ZIP-Format. Da kann ich ja auch Dateien komprimieren und wieder entkomprimieren und die Daten sind komplett identisch vorher und nachher. Und auf dem Übertragungsweg habe ich zwischenzeitlich halt eine kleinere Dateigröße gehabt durch die Komprimierung. Meine Erfahrung ist auch, dass man über diesen Codec trotz aller Widrigkeiten sehr gut Faxe übertragen kann. Das gehen keine Daten verloren und die Latenzen und Zuverlässigkeit der Leitungen in Deutschland ist so gut, dass ein Fax darüber versendet werden kann. T38 spielt also in unserer Betrachtung eigentlich keine Rolle mehr. Was haben wir aber noch für Probleme, wenn wir einen Fax betreiben wollen? Ich habe mir hier noch aufgeschrieben die komplizierte Konfiguration. Das trifft nur zum Teil zu. Also wenn man mal ins Handbuch von einem Drucker oder so einem Multifunktionsgerät schaut, wie man einen Fax konfiguriert, fällt man fast vom Stuhl. Gibt auch ein schönes Video von HP dazu. Auch da steige ich nach ein paar Sekunden aus, was die da genau treiben. Es gibt auch noch so tolle Anleitungen mit DSL-Splitter und sowas installieren. Das ist aber heute alles gar nicht mehr notwendig. Bei meinem Kennengerät zum Beispiel, muss ich das wirklich nur an die Fritzbox anstecken und an der Fritzbox einmal einrichten. Und die Fritzbox hat das sehr komfortabel gemacht und es hat direkt funktioniert. Ich musste am Fax selber gar nichts einrichten. Ein großer Nachteil, wie ich finde, ist noch, dass man ein physisches Gerät braucht beim Faxen. Nämlich so ein Gerät wie ich hier habe. Also wenn man Faxe empfangen will, muss das im Zweifel vielleicht 24-7 durchlaufen und verbraucht in der Zeit natürlich unnötig Strom für ein Fax, das ich vielleicht einmal die Woche empfange. Für all diese Probleme, die ich gerade beschrieben habe, gibt es aber exzellente Lösungen, die alle diese Probleme adressieren können. Das wäre jetzt der dritte Teil, die Lösungsansätze für die Probleme, die man heute so mit Faxen hat. Kommen wir mal zum ersten Lösungsansatz hier. Ich habe ein Multifunktionsgerät und das hat ein integriertes Fax-Modem. Das finde ich super nostalgisch, man hört noch die alten Wähltöne, echt klasse. Der große Vorteil bei diesem Gerät zum Beispiel ist, dass ich in Windows einen Faxdrucker installiert habe und mit dem wirklich aus fast jedem Dokument heraus Faxe versenden kann. Ich habe einen Test gemacht auf meinen eigenen Anschluss und konnte innerhalb von 3 Stunden immerhin 169 Seiten übertragen. Danach ist die Leitung zusammengebrochen. Der große Nachteil wiederum bei diesem Gerät ist, dass das dafür ausgelegt ist, dass es das Fax ausdruckt, wenn es ankommt. Und ich möchte hier in diesem Video keine Lösung zeigen, bei dem irgendwas ausgedruckt werden muss, wenn es ums Faxen geht. Das mag dich jetzt überraschen. Ich muss aber sagen, es ist für mich deutlich komfortabler, das Fax einfach per Mail als PDF geschickt zu bekommen. Das macht die Datenhaltung viel einfacher und ich kann es von überall aus einfach lesen und muss nicht warten, bis ich wieder am Gerät bin und das Blatt Papier dann anschauen kann. Mein Multifunktionsdrücker hat eine sehr sinnvolle Funktion, nämlich das Ausdrucken zu verhindern und das PDF einfach auf dem USB-Speicher oder im Netzlaufwerk abzulegen. Allerdings fehlt mir da so ein bisschen die Benachrichtigung dazu, dass jetzt ein neues Fax eingegangen ist. Diese Benachrichtigung kriege ich halt nicht per Mail, sondern die wird mir dann am Gerät mit einem leuchtenden Lichtchen angezeigt und ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich dieses Lichtchen wieder ausbekomme. Also auch das ist so ein bisschen Steinzeit-Technik. Wer eine Fritzbox sein Eigen nennt, der hat ein bisschen mehr Glück. Der kann Faxe empfangen und kann die einfach eine E-Mail weiterleiten lassen als PDF im Anhang. Beim Versenden wiederum versagt die Fritzbox meiner Meinung nach. Beim Versenden kann ich nur Bilder versenden oder Text, den ich handschriftlich schreibe. Ich kann keine PDFs versenden und auch keine Docx-Dokumente zum Beispiel. Früher gab es mal Fritzfax, das konnte als Drucker installiert werden und mit ein bisschen Aufwand kann man das heute immer noch machen, würde ich aber persönlich aufgrund der Bastelei und der nicht unterstützten Systeme nicht mehr empfehlen. Ich kann natürlich auch beide Geräte einfach kombinieren. Ich kann beim Multifunktionsgerät die Druckfunktion zum Versenden benutzen, damit kann ich natürlich auch PDFs und alle möglichen anderen Dokumente versenden. Und für den Empfang kann man natürlich die Fritzbox verwenden, spricht absolut nichts dagegen. Wem das jetzt too much ist und der Einrichtungsaufwand zu hoch ist, dem kann ich noch Fax-Dienstleister im Internet empfehlen. Den günstigsten, den ich so finden konnte, ist VoIP2GSM. Der kostet nämlich im Prinzip erstmal gar nichts. Es handelt sich hierbei um einen Pre-Pad-Anbieter, der aber zum Glück auch SEPA-Lastschrift unterstützt. Das heißt, ich kann hier Faxe versenden zum super günstigen Minutenpreis im deutschen Festnetz. Die Faxe kann ich verschicken, indem ich zum Beispiel das PDF an eine Mail anhänge. Das heißt, ich muss mich bei diesem Anbieter für den Versand nicht mal direkt anmelden, kann das wirklich per Mail machen. Ich kann mich aber auch einfach einloggen im Webinterface des Anbieters und kann PDF-Dateien hochladen. Oder ich kann auch einen Text schreiben, ähnlich wie auf der Fritzbox, halt nur mit der Option, auch größere Dokumente verschicken zu können. Ja, aber wie sieht es jetzt denn hier mit dem Fax-Empfang aus? Ja, und da ist die gute Nachricht, da kann ich mir einfach für kleines Geld, nämlich für 20 Cent im Monat, eine Rufnummer kaufen. Die kostet mich in zwei Jahren nicht mal 5 Euro und diese Rufnummer ist 24 Stunden und 7 Tage die Woche auf Empfang. Das heißt, sollte hier mal ein Fax eingehen, bekomme ich das einfach als Mail geschickt. Und wer sich jetzt Gedanken über diese 20 Cent im Monat macht, dem will ich mal folgendes mitgeben. Zum einen beim nächsten Druckerkauf, oder vielleicht steht er ja gerade an, muss ich nicht darauf achten, dass der Drucker ein integriertes Faxgerät hat. Ich kann also auf ein anderes Modell ausweichen, das eventuell günstiger ist. Zum anderen muss ich das Gerät nicht 24-7 am Strom haben, weil ich ja immer faxbereit sein will. Für diese 20 Cent im Monat bin ich immer faxbereit. Oder empfangsbereit. Faxe versenden geht natürlich auch komplett ohne diese Rufnummer bei VoIP2GSM, die ist nicht zwingend notwendig. Die wäre nur für den Empfang notwendig. Ein weiterer Vorteil bei VoIP2GSM ist, dass sie sehr günstige Auslandstarife haben. Also wenn ich mal ins Ausland faxen muss, wird das auch nicht gerade teuer werden. Ja, damit habe ich jetzt den Rundumschlag zum Thema Faxen eigentlich beendet. Meiner Meinung nach lohnt es sich nicht, ein Gerät zu Hause stehen zu haben. Mir fällt dazu zumindest kein Anwendungszweck mehr ein. Natürlich ist es was anderes, wenn ich ganz oft faxen muss und gerne einen Druckertreiber hätte. Das macht natürlich absolut Sinn und dafür kann man das dann verwenden. Wenn ich jetzt aber nur gelegentlich faxen muss, dann würde ich eher auf so eine Online-Lösung zurückgreifen, die einfach deutlich günstiger sein sollte in den meisten Fällen. Wer bis dahin durchgehalten hat, da würde ich euch jetzt mal eine Faxnummer einblenden und darauf könnt ihr mir gerne mal einen Fax schicken, damit ich überprüfen kann, ob ihr aufmerksam dem Video gefolgt seid. Also das hier ist meine Faxnummer. Schickt mir doch mal schöne Daten darüber. Bitte keine personenbezogenen Daten, denn ein Fax ist halt nicht verschlüsselt. Und ja, ich bin vielleicht nicht der Einzige, der das dann lesen kann. Aber über einen schönen Gruß würde ich mich natürlich an der Stelle freuen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben und über ein Abo dieses Kanals. Zum Thema Fax blende ich jetzt auch in der Outcard noch ein paar weitere Videos ein.